so schön nascher angriff und damit herzlich willkommen zu einer runde battlefield am pfingstmontag mit dem monkey und meiner wenigkeit dem gunner eine runde zum aufwärmen haben wir schon hinter uns aber schön dass der esel mein zuerst genannt wird der esel hat sich ja nicht als erstes genannt ja ich habe doch ansage gemacht hier der monk man normal ist wenn der es sich selber nicht hätte ich zuerst mich genannt scheiße falsche knabber sind wir noch im gegner team warte mal ne 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 da bist bei mir muss jetzt so gucken welcher spot da ist voll wahrscheinlich verlassen erstellen foxtrot hallo ja dann komm ins fox ja ich bin gerade im boot geht gerade nicht ach so jetzt bin ich Bei Dich. Fahrt bis hinten. Hm. EGG. Ekö...! Ja. Ich brauche eher eine Schädelkarte. Man braucht eine Schädelkarte. Man braucht keine Schädelkarte. Man braucht die Schädelkarte. Aufmerksam ist es administrat? Man braucht die Schädelkarte. ich finde die karte ja auch geil für mich ist jeder erstmal wer weiß wie wo Gut. Alter, ich habe schon 9-0. Was ist denn da los hier? Alter. Alter. Danke. Alter. 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 Hat es dich wieder erwischt? Warum erwischt es dich? Keine Ahnung. Schön ist, ich bin auch auf der Seite, wo ich etwas mehr rausgucke. Oh. 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 Aber für uns ist es jetzt irgendwie... Da sind wir uns wieder auf ein Bildschirm. Jetzt gehen wir mal da hinten ein bisschen gucken, ne? Ist der dein Wetteringang hier? Brauchst du Mechaniker? Da ist nur einer hier auf der Insel. Ja, ja. Oh, da. Brauchst du nicht schwimmen, mein Freund da vor mir. Da kannst du mal vergessen. Komm mal eingenommen. Sehr schön. Oh, Boot vor uns. Nix von Nils. Da ist bei A. Kappen. Bei A? Ich komm mir grad nicht klar. Da ist ein Boot. Ja, ich bin auf der rechten Seite. Da schießt irgendwo ein Scharfschütze. Ja, keine Ahnung. Ah, die sitzen mal wieder auf dem Präger hier. Ich fahr mal Alpha, ne? Oh, die kommt da bei Alpha. äh. Buff. Wir haben gerade die Kontrolle verunsattet. Denn der ist der Scharfschutz. Das ist der Scharfschutz. Das ist der Scharfschutz. wir sind ja schon assi oder aber krieg kann und aber krieg krieg war noch nie schön ich verpiss uns mal hier ja 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 hat der fahrer da ist mit dir verkehrt wieder tot von hinten und helikopter der flieger der arsch gerettet kommt das nächste boot noch einen erwischt alter 23 0 was ist hier los ich habe auch anti er mein freund liga kaputt unterstützt ja mal sich das schon a sie ja aber ist muss ist einfach muss ich sage irgendwas sie ist immer sagen ganz immer vergessen so ich habe die bessere tage Das ist die Praktik, mein Freund. Kann ich die Scharfschützen mal vom Schiff versuchen zu holen? Ja, das kannst du vergessen, die kriegst du nicht. Lass die da hinten ruhig rumschimmeln, wenn sie Bock da drauf haben. Geh mal da hinten jetzt mal ein bisschen gucken. Das Boot wieder nach A. So, gucken wir mal hier vorne. Ups! Hat er sich festgefahren. Ja, ja. Kriegen wir hin. Wollen wir erstmal weg wieder. Oh, hab sogar was gehittet. Das ist das Schöne bei Softcore. Du siehst doch mal, wenn du was hittest. Alter, der dir die ganze Zeit hier repariert. So geil, danke. Supergeil. Egal wer du bist. Mach's das echt gut. Warte mal, da ist der Likoner. Warte mal, da ist der Likoner. Tschüss. Warte mal, was ist das. Warte mal, da ist der Likoner. Das sind nur noch Reste hier. Wir haben Einsatzteam Echo neutralisiert. Charliefeld. Da hinten ist ein Boot. Zwei Flieger oben. Da ist der Flieger oben. Ich muss mich bewegen. Die Flieger sind gerade aus dem Feindlichen Soldaten. Südlich deiner aktuellen Stellung. Oh fuck. auf der insel recht hinter uns bohr scheiße schütze da ja das ist so ein anti erdteil da in dem turm hier hier hat schon was los hier 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 ist hier unterwegs hier 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 na ja hehehe weil außer weichwarte aber der Wellengang um da was zu treffen ist ohne so einfach zur Delta jetzt kommt er raus komm zu Mutti Autos sind am Wasser gewesen ist ja gleich vorbei die Runde ja oh und was sagt der Chat so 33 0 oder sind auch nicht mit durch da ist einer am Wasser wo denn oder ist er da oh oh echt jetzt legst du dich mit mir an und du stirbst wie alle dann genau sie legt dich mit dem Kanal an und du stirbst wie alle dann boim hier oben rechts jo che eheh somit eine also wirklich spannende erfolgreiche Runde neuer persönlicher Rekord 34 Kills mit Booten Alter, ich bin ja am Anfang der Runde gespawnt und bin dann nicht mehr kaputt, also wirklich 7-4 Na gut, ich stand hinten am Mg, da ist es einfach, einen rauszuballern Du kannst ja nur sterben, wenn das Boot kaputt geht 20.435 Punkte Ja dann, sage ich vielen Dank fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Tschö, tschö